Arnstadt Arnstadt liegt südlich der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt. Hintergrund im Jahre 704 erstmals urkundlich erwähnt, gilt sie als älteste Stadt der neun Bundesländer. Arnstadt hat etwa 26.000 Einwohner. Arnstadt kommt bereits in Urkunden 704 als Hofgut vor. Auf dem Reichstag zu Arnstadt 954 unterwarfen sich die aufständischen Herzöge Ludolf und Konrad dem König Otto I. später gehörte die Stadt teils zur Abtei Hersfeld, teils den Grafen von Käfernburg, bis sie 1306 durch Kauf an die Grafen von Schwarzburg kam, die bis 1716 hier residierten. Arnstadt ist auch bekannt als Wohnort J. des Bachs, der 1703 bis 1707 Organist an der später nach ihm benannten Bachkirche war, des Dichters Neubeck, der sein Epos die Gesundbrunnen da selbst schrieb, und dem ein Gedenkstein gesetzt wurde, des Schriftstellers W. Alexis, W. Hering, der 1871 in Arnstadt starb, und der Romanschriftstellerin E. Marlitt, E. John. Mit dem Flugzeug die nächsten Flughäfen mit Linienflügen sind, und Mit der Bahn Arnstadt liegt an der Bahnlinie Würzburg, Erfurt, die zweistündlich von Regionalexpresszügen und stündlich von Regionalbahnen Erfurt, Meiningen befahren wird. Weiterhin gibt es stündlich Regionalbahnen der Relation Erfurt, Ilmenau und Erfurt, Saalfeld. Damit ergeben sich drei bis vier Verbindungen pro Stunde nach Erfurt, das auch nächster Fernverkehrshalt ist. Der Bahnhof Arnstadt Hauptbahnhof liegt etwa einen Kilometer nördlich des Stadtzentrums. Ein weiterer Verkehrshalt Arnstadt Süd im Süden der Stadt wird von den Zügen Richtung Ilmenau angefahren. Auf der Straße Arnstadt liegt an der von Erfurt nach Meiningen. Mit und gibt es zwei Abfahrten. Mit dem Fahrrad Arnstadt liegt am Gera-Radweg. GPS-Trek- und Streckenbeschreibung im Radreise-Wiki Sehenswürdigkeiten Stadtführungen Cherrytours Arnstadt Meine Stadtführung Cherrytours GmbH, Lindenallee 3a Telefonnummer Tel-Doppelpunkt plus 4936286618915 plus 49, 3628, 6618915 E-Mail, mailto, office-at-cherrytours.de Office-at-cherrytours.de Stadtführungen Privat oder in kleinen Gruppen für Individualisten Täglich Touren verfügbar Individuell Start- und Endpunkte auf Anfrage möglich Preis, ab 15 Euro Akzeptierte Zahlungsarten Bar, Master, Visa Sehwetour Arnstadt, Sehwetour GmbH, Lindenallee 3a Tel, tel-doppelpunkt plus 493628 und traute x20 6.618.910 plus 49, 3628, 6618910 E-Mail, mailto, info-at-segwetour-arnstadt.de Info-at-segwetour-arnstadt.de Stadtführung auf verschiedenen Routen durch Arnstadt mit dem elektrischen Steroller Segway, Symbol eingetragener Marken Neben der Classic-Tour zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten steht auch eine Tour zum Wirken von Johann Sebastian Bach zur Auswahl Auch buchbar für Events, Firmenausflüge oder junge Sellenabschiede Preis, 75 Euro Akzeptierte Zahlungsarten Bar, Master, Visa, MX, Apple Pie, Google Pie, etc. Vom Bier zur Bratwurst, Genusswanderweg der Geo und Genussweg verbindet den Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt mit dem ersten deutschen Bratwurstmuseum in Holzhausen Entlang des Rundwanderweges, mit Anfangs- und Zählpunkt an der Stadtbrauerei Arnstadt, verdeutlichen künstlerische Großplastiken des Arnstädter Künstlers Christoph Hörtsen die enge Verbindung der naturräumlichen Gegebenheiten mit den kulinarischen Besonderheiten der Region Seit diesem Monat wurde auch eine neue Webseite vom Bier zur Bratwurst angelegt Bach-Festival Arnstadt Der Kulturbetrieb der Stadt Arnstadt wirkt jährlich als Veranstalter verschiedenster Konzerte, Festivals und anderer Veranstaltungen Neben dem Kleinkunstfestkünste in Haus und Hof zählt vor allem das alljährliche Bach-Festival Arnstadt Zum Gedenken an das musikalische Ausnahmetalend Johann Sebastian Bach, zu den bedeutendsten kulturellen Ereignissen in Arnstadt Hervorgegangen aus den Arnstädter Bach-Tagen, 1990, 20, minus 2004, wurde das Festival im Jahr 2005 in Arnstadt zu Ehren Johann Sebastian Bachs erstmals mit unterschiedlichen Veranstaltungen über einen Zeitraum von zehn Tagen, rund um den Geburtstag des Musikers am 21. März, durchgeführt Die vielfältige Tradition und Programmatik dieser Arnstädter Bach-Pflege reicht jedoch über diese 20 Jahre hinaus Zentrale Veranstaltungsorte sind authentische, historische Gebäude wie das Bachhaus in der Kohlgasse, die Johann Sebastian Bach-Kirche oder die Traukirche Johann Sebastian Bach in Dornheim Im Jahr 2014 jährt sich die Veranstaltungsreihe zum nunmehr zehnter Mal Tierparkfasanerie im Süden der Stadt, genauer an der Eremitage 5, befindet sich der 1956 eröffnete Tierparkfasanerie Zahlreiche einheimische und exotische Tiere erwarten die Besucher Telefon 03628 602068 Sport und Freizeitbad Arnstädter Sport und Freizeitbad Wollmarkt 1999310 Arnstadt Telefon 03628 603379 Praktische Hinweise Sie können die mittelalterliche Fachwerkstatt meditativ zu Fuß erkunden Gönnen Sie sich bei Ihrem Rundgang von Johann Sebastian Bach, der in dieser Stadt kurze Zeit lebte und wirkte, die Goldberg-Variationen auf den Ohren Ihr Smartphone und Kopfhörer machen Ihnen das außergewöhnliche Erlebnis möglich Ausflüge Drei gleichen, zwischen fünf und zehn Kilometer nordwestlich Diese drei Burgen kennt jeder, der über der A4 fährt Im Norden die sagen umwobene Burg gleichen, gegenüber der Autobahn die Mühlburg und südöstlich davon die Wachsenburg Stadt Ilm, 14 Kilometer südöstlich über die Deutsche Alleenstraße, Renaissance-Rathaus und gotische Stadtkirche mit zwei Türmen Ilmenau, 22 Kilometer südlich, B4, Bergbaustadt, auch durch Johann Wolfgang von Goethe bekannt geworden Tunnelmuseum in Niederwillingen Das Museum informiert und andere in einem begehbaren Tunnelmodell im Maßstab 1 zu 4 über die heutige Tunnelvortriebstechnik Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2020